Richtig Schlimm Liebe, abartig geht es zu bei Kollege Fabi. Und da suchen sie den mal. Endlich Urlaub heißt das Album. Hier, hab ich Ihnen vorsorglich mal ein Exemplar mitgebracht. Also wenn Sie mich fragen, voll gefährlich der Mann. Hauptsache, es macht mich glücklich. Ist doch Aufforderung zur Anarchie. Und das kann man. Ein Terrorist. Oder mindestens ein Sympathisant. Wissen Sie, was Urlaub auf Arabisch heißt? Laden. Tja, da staunen Sie. Hier, ich geb Ihnen mal die Adresse, wo Sie den Eigenvogel antreffen können. Nicht zu danken. Ich tu nur meine Bürgerpflicht. Viel Erfolg, Herr Wachtmeister.